Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Let's Play von Minecraft. Ja, ähm, so, damit ihr diesmal wirklich seht, dass ich nicht cheate, werden wir diesmal ganz am Anfang schon eine neue Welt starten. Und dann seht ihr auch ohne Sheets. Und von daher machen wir jetzt einfach mal LP World. Äh, World. Und, ja, ich habe einen Kollegen dabei, ich übergebe kurz. Ja, wir werden jetzt mal sofort anfangen. Ich hoffe, dass da ein Haus gibt oder ein Schmied, ne? Im Dorf. Also wir haben schon eine Welt gehabt mit 007. Und da kommen wir zu einem coolen Haus. Ja, das seht ihr jetzt. Und ich hoffe, dieses Let's Play gefällt euch. Ja. Es lädt jetzt. Also Welt wird geladen. Land wird... Landwirtschaft wollte ich schon sagen. Landwirtschaft wird geladen. So. Jetzt, dass wir bei einem Haus sind. Bei einem Haus, das so klein ist. Aber das Beste ist, es leckt gerade voll. Es ist ein Hexenhaus. Ja. Deswegen, ähm, ich werde jetzt lieber mal hier reingehen. Und alles so wie letztes Mal, ne? Ja. So, ähm, weil ich diese Welt schon kenne, seht ihr hier ein ungefähr 10 bis 20 Blöcke tiefen Willow oder sowas. Und, ja, ich werde da jetzt einfach mal gleich reingehen. Ähm, ich werde aber hier erst mal reingehen. Die Workbench nehme ich mit. Für die Höhle. Ähm, so. Die Truhe tue ich hier mal rein. Hier lege ich erst mal die Sachen rein, die ich nicht brauche. Wie zum Beispiel Brot, Holz. Workbench brauche ich. Das brauche ich. Ach, komm, dann nehmen wir gleich alles mit. Die Truhe bleibt erst mal hier. Und ab geht's ins Vergnügen der Höhle. Nimm die andere Höhle. Nimm die andere Höhle. Da siehst du sofort Eisen. Wo? Da drüben. Ne, links. Links. Ach, da vorne. Ja, aber ich habe ja noch keine Steine. Hacke. Da gibt's ja das Steine. Nee. Ich gehe erst mal da vorne hin und danach gehen wir da mal rein. Ich werde da jetzt, ich erst mal hier an der Seite. Langgraben. Au. Aber du hast keine Lehren verloren. Nee, ne? Aber du kommst ja eh in die andere Höhle da vorne hin. Siehst du das schon? Hm. So, dann werde ich mich jetzt erst mal ein bisschen... So eine Brücke, also so einen Gang, werde ich jetzt hier mal machen. So. Ähm. So. Wie, ähm... Wie lang haben wir eigentlich das Catch-Tour-Pack von Gronkh eigentlich schon drüben? Na okay, es ist ja jetzt nicht mehr das Gronkh Catch-Tour-Pack, aber weil ich das eigentlich ganz schön episch finde, werde ich das, ähm, immer als erst mal behalten. Aber das neue, was der jetzt hat, das ist echt dumm. Ja, also ihr müsst das einfach mal sehen. Also es ist so richtig hässlich. Ist so gut. Finde ich. Ne, also es ist wirklich... Oh, was ist das denn? ...voll unepisch geworden. Wann ist das denn? Ja, das ist... ...so ein... ...erz. So. Da muss ich den Hals und Weg mal eben machen. Aber ich baue das erst mal ab hier. Kriegst du das eigentlich? Ja. Ach, ich mach nur mal eben ein bisschen. So, zack, zack. Du hast ja gar... Ich weiß, aber ich mach nicht so viel. Ähm, so. So. Mach mal auch glatten Schwert dabei, falls du nicht so aufpassen. Aber ich hab ja noch keine Ahnung, aber auch egal. Aber du kannst es gebrauchen, ne? So. Und nehmen wir gleich die Kohle mit, mit dem Holz. Hm. Ja, dann würde ich jetzt mal sagen, ne? Dass wir unsere erste Kohle abbauen hier. Ach, man ist doch zu lange. Ich hab doch genug. Und was jetzt mit den Stein? Ach, mach ich an, Herzlich. Da kommt schon... Ah, ich hab grad schon gedacht, da kommt ne Höhe. Ja, mal gleich. Genug Kohle. Hat Gronkh dieses Touch-Torpeck eigentlich selber gemacht? Ähm, ja. Ja, das weiß ich nicht, aber ich glaube, ja. Glaub ich. Guck mal, ne Decke da oben da. Da ist noch was. Aber das neue, das der Echter, ist echt nicht so. Das ist eher so ein ritterliches, oder eher so ein Old. Ja, wenn der Eisenrüstung hat, sieht der so aus wie eine Gitte. Was ist dieses da eigentlich? Dieses? Ja, warum mal an? Keine Ahnung, nein. Das bräuchte ich auch. Ah, Flucht mit Eisen. Was ist das da? Ach, du kackt die Wand an. Was ist das? Geh mit dem Wasserfall da vorne runter. Da? Nein, da. Stimmt, gut. Das Eisen, nimm das erst mit. Erst Eisen, ja. Am besten ist drei Eisen da. Ja, kannst du schon speziell machen. Ja, dann mach ich jetzt gleich mal. Oh, wie, wie kann man das da kaputt machen? Ja, das ist, was ist das? Marble. Gibt's das nicht da? Ich hab mal so ein Video gesehen, das gibt's auch auf so Mond da. Achso, nein, das ist das nicht. Ich weiß zwar nicht, was das ist, aber auch egal. Ähm, ich will dieses Marble nicht haben. Und, ja. So. Das ist voll klar, ist das. So, dann werde ich mich jetzt mal... Ah, ich muss das erst so machen. Oh, ja, so ist richtig. Das ist nicht Dias, ne? Nö. Dias sind nicht Dias. So, erstmal fackeln, jetzt ist mal einandernd hier. Falls ihr fragt, Leute, äh, das sind keine Dias da. Ja, ne, zu riem, bein und mein, mein Schlaf. Dias sehen ganz anders aus. Ja, hier sehen wirklich Dias anders aus. Ähm, und die Federmost, die will auch gerade was aufs Maul kriegen. Lass mal. Ah, stirb! Oh, das hab ich sogar getroffen. Lass mal. Ähm, nee, da will ich nicht langen. Wir wollen hier bleiben. Was das jetzt ist, ähm... Keine Ahnung. Ich will nach unten gehen. Immer hier. Nach unten ist immer am besten. Und hier ist... Ja, Dias! Hier, ey, Leute, nee. Ey, Leute. Sofort spülen, ey. Ich kann's jetzt gerade gar nicht glauben. In der ersten Folge, Leute, ist Dias. Ähm. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Leute, ich weiß gerade nicht, was ich jetzt hier sagen soll. Ich muss mir jetzt erstmal einen Ofen machen. Oh mein Gott, ist das aufregend. Ich glaub' es nicht. Ich glaub' es doch jetzt einfach nicht. Das darf doch nicht wahr sein. Machen wir jetzt kurz schnell den Cut. Nein. Und... Das darf nicht wahr sein. Leute. Erste Folge... Dia-Attacke. Da ist zwar kein zweites Dia hinter oder so, aber... Hauptsache Dias. Ja, ja, ein Dia, ne? Also, äh, ja, okay. Ein Dia ist nicht so richtig, aber vielleicht ist dahinter ja was. Jedenfalls mach' ich mir da jetzt erstmal... eine Spitzsacke. Für. Und... So, ein Dia. Ja, fein. So. Und das gleich Redstone. Und da war noch... Da war noch ein Dia. Und da ist wieder ein Dia. Dia-Attacke. Ja. Und ein zweites Dia. Wir bauen uns... Äh, ein Diamantschwert dazu. Oder? Ach, wir haben jetzt zwei Dias, ne? Ja. Also Leute, das ist mal die... ...beste Folge der Welt. Nein, nicht die beste Folge der Welt. Yes, alter. Kack die Hände. Äh, bei Redstone ist immer sofort... ...die und Lava, ne? Kannst du vergessen, die Leute. Oh, mein Gott. Da könnte Lava drunter sein. Ich glaub' ich mach' erst das Eisen ein Schwert. Vielleicht gibt's hier mehr... ...die...